Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Human Fall Flat am heutigen Tag zusammen mit Zombey. Ich blieb nicht. Moi und German, let's play! Ja? Ist der? Ist der komisch? Maudado ist leider am heutigen Tag nicht dabei, weil der schläft noch. Das ist tatsächlich einfach der... Ey, na? Ähm... Du siehst normalerweise aus, wenn alles gesund ist bei mir. Küsst mich. Nein, lass mich in Ruhe. Echtlich? Nein! Ja! So great! Äh, meine Damen und Herren, wir sind in das Land der Wikinger gereist. So heißt zumindest irgendwie die Map. Irgendwie... Ohoho! Pingel! Alter, was? Wie stark bin ich? Wikinger Hill Climb. Und da vorne sehe ich auch schon interessante Sachen. Also wir sind hier mindestens auf, äh, ja, 10 Himalaya-Geböge. Die Map heißt Crystal Mountain. Hier steht nichts von Wikingern. Oh. Aber wir klettern beim Kristallberg. Die Wikinger sind bekannt dafür. Nein! Ich halte mich an dir fest. Schmeiß ihn runter! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Oh Gott! Ich bin gestolpert! Freunde! Du lebst ja noch! Body Slam! Woo! Ja! Oh! Und... Ah! Ah! Aua! Du bist mir beide gestellt! Warte, wir kommen hier glaube ich hoch. Ja. Indem ich hier runter springen. Nee, nee, hier! Echt jetzt? Ich glaube schon! Hallo! Da! Warte mal! Ich helfe dir! Oha! Warte, Zombie ist schon wieder... Der fährt schon wieder alleine los! Der fährt alleine los! Ich muss mich jetzt rüberschwenken! Hilfe! Hilfe! Palette! Oh nein! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Oh, danke! Boah, wie stark bist du! Ja, ich bin krass! Das schaffen wir gemeinsam! Ja! Team Kürbistumor! Nein! Kürbismaske! Ah, Kürbismaske! Stimmt! Ich trete euch dabei! Ja, und wieder zurück! Und wieder nach vorne, Palette! Okay! Und wieder hinten! Und jetzt nach vorne! Und das ist das Band der Freundschaft! Noch einmal! Noch einmal! Oh Gott! Ja! Nein! Was war das denn? Keine Ahnung! Aber der Glitch hat echt geholfen! Schüss! Wart auf uns, Manu! Warten! Oh, okay! Ich warte! Nee, ich warte nur! Deswegen bin ich unten! Ah ja, klar! So, jetzt hab ich's noch einmal! Und... Sprung! Ach, scheiße! Tom, ey, versuch den nächsten Checkpoint zu erreichen! Oh, ich bin runtergefallen! Okay! Ich hab ihn da eben nur so von der Seite runterlaufen sehen! Ja, aber ich mach's für dich, Palette! Ja, danke! Komm mal, du hol uns den Checkpoint! Alter! Was war das? Palutene! Wieso kreist du immer? Ja, so krieg ich mehr Schwung! Er macht's einfach schon wieder! Oh, ich hab's geschafft! Und er schafft's! Mit der Noob-Methode! Äh, Skin-Methode! Okay, und... Ja, danke! Okay, hochleitern hinter uns! Das ist einfacher! Hier ist so ein riesiger Balken! Okay! Hab ich geschafft! Und dann hier! Sehr gut! Bin ich krass! Ja! Oh, okay! Und jetzt? An das Seil und da rüber! Aber das hab ich noch nicht probiert! Okay! Oh, nee! Hä? Ah, ja! Ich mach wieder die Schwinger-Methode! Hey! Zweit schwingt sich schneller! Okay! Das stimmt! Oh, nee! Das Problem ist, du wirst da eben mal gegendotzen! Ja, warte! Dann muss ich eine andere Strategie fahren! Ah, ja! Sehr gut! Ja! Ich komm auch langsam! Oh, scheiße! Wir müssen da drüben sein, bevor er kommt! Warum? Äh, wohl nicht! Okay, und? Glaubst du, wir können jetzt schon loslassen? Ich prob jetzt... Oh! Ich schwinge einfach an der Seite! Ja, sehr gut! Ja, ich müsste es schaffen! Oh, er kommt! Er kommt! Am Sprung! Ja! Gleichzeitig! Nice one! Checkpoint! Ja! Alles ohne Menje! Was? Ach, Manu ist hier noch dabei! Hallo, Manu! Wie geht's dir, Lippe? Ja, wenn hier mal hinten hängt! Aua! Was ist passiert? Nix! Bin vielleicht beim ersten Sparola geplumpst, auf jeden Fall! Ja, meine Lippe ziehe ich runter! Jetzt! An das Ding und dann schwingt es sich bestimmt nach vorne! Denkst du, das biegt sich? Ja! Ja! Ach, Mann! Alter! Ja! Wusste ich's doch! Und jetzt geht's... Ey, cool! Das biegt sich wieder so zurück! Wieee! Aua! 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 Oh, oh! Hey! Wie cool! Ich bin nicht mehr ansatzweise weit genug geflogen! Hey! Und ich auch! Ja, wenn ihr... Du schaffst das! Und jetzt! Ich bin endlich im Spollet! Ach, das Ding schwingt jetzt auch sogar noch zurück! Habe ich's einfacher gemacht? Nööööö! Gern geschehen! Guck mal, Paluten! Ich bin hier drüben noch! Nein! Haha! So! Paletti jetzt aber! Du! Du schaffst das! Hopp! Ja! 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 Ich fahr ein paar Runden! Ah, du wirst immer schneller! Oh! 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 Alter! Nimm uns mit! Warte! Okay! Komm mit drauf! Komm mit drauf! Ja! Oh Gott, nein! Ich hab das Ding angefasst! Ja, jetzt können wir nochmal Speed aufbauen! Alles gut! Manuel, beeil dich! Du kommst auch noch mit drauf! Ja, ich hab mir die Beine gebrochen! Halb so wild! Ich komm! Ich grab Zombie! Ja, grab me! Den fetten kann man nicht mal sehen! Oh! Nein! Hä? Was macht ihr? Wir müssen uns ein bisschen weiter hochziehen! Ja, warte! Bleib da! Hallo! Nein! Ich kann das ja nicht steuern! Das fährt automatisch! Achso! Nee, nee! Das fährt automatisch! Okay, jetzt voll Karacho! Und Manuel wird uns immer stoppen? Nee, schwingen! Oh nein! Aua! Aua! Wie ist denn los geworden? Sehr gut! Jetzt beeilen wir uns! Kannst du deine Hand aus meinem Schritt nehmen? Oh! Oh! Upsi! Oh nein! Er kommt wieder! Jetzt haben wir genug Speed endlich! Lass uns bitte, Manuel! Nein! Nein! Ich hab's nicht geschafft! Da ist er! Der Lutscher! Du schaffst es Zombie! Hol uns den... den Save Point! Oh nein! Ich bin runter! Okay! Hier ist keiner! Ja! Hui! Au! Hilfe! Hi Jungs! Der lässt mich nicht! Doch doch! Der will dir nur helfen! Nee, warte! Ich möchte eigentlich noch... Oh ne! Oben ist nicht so... Hä? Ach so! Ich muss das immer mit einem Arm! Oh nein! Au! Oh ja! Das geht ja gut! Und nochmal! Oh was ey! Ah! Du willst ja längst balancieren? Ja! Probier's zumindest! Mega einfach! Also sorry! Oh! Oh nein! Bin tot! Ich zitiere! Ist ja mega einfach! Ja ist es! Guck! Guck mir zu Paluten! Rückwärts! Oh Gott! Der Tod! Richtiger Angeber! Jetzt! Jetzt einfach rückwärts! Oh Gott! Oh Gott! Mann! Kann mal jemand Stinklippe sagen? Er soll sich verpießen? Was für Lippe, Bruder? Ich komm da vorne nicht dran! Mann! Wir schaffen das! Wir müssen nur gleichzeitig loslassen! Komm! Und go! Perfekt! Und wir haben's geschafft! Aua! Oh Gott! Was? Weil ich mich festgehalten hab! Aber Zombie hat's für uns geschafft! Danke Zombie! Mal versehen! Ich will doch auch, dass ihr Spaß habt! Ja! Nee! Ich hätte es eh nicht so gut geschafft! Ich find's gut, dass du's gemacht hast! Oh Gott! Ah! Passier los! Ich seh nichts! Ich seh noch Daniel! Super! Hilf mir doch! Hilf mir doch! Gott! Hilfe auch! Wow! Was war das? Ich hab losgelassen und dadurch wurdest du irgendwie so hochgeschossen! Ich bin versteckt! Wer mich findet, bekommt nen Döner! Echt? Den Ganzen? Ja! Alter! Ist der reich? Scheinbar! YouTube Money scheint bei ihm zu sprudeln, Digger! Ich hab dich! Nee! Du bist an ihm gefallen! Nee! Wieso? Aber ich hab dich gefunden! Ich wollte das eigentlich gar nicht! Ich wollte nur in den Tod springen! Okay! Gib mir dein PayPal-Ding nach der Aufnahme! Ja! Ich bin 3 Euro! Sehr gut! 3! In München sind die Döner teurer! Die kosten meistens so zwischen 30 und 40 Euro! Achso! Okay! Kein Ding! Ich hab eh keine Lust mehr gehabt zu essen! Den restlichen Monat! Ja! So! Warte mal! Ich spring jetzt hier mal drauf! Und bleib auch mal oben! So! Dann spring ich hier rüber! Einfach ein bisschen Geduld haben! Und dann hier rüber springen! Hui! Und dann darüber! Wie so ein besoffener Saft! Oh! Hilfe! Oh nein! Geht ohne mich! Nein! Nicht Döner Zombie! Ja! Ja! Erster! Den Checkpoint geholt! Oh nein! Oh! Was ist das? Wie hab ich das denn geschafft? Das frag ich mich allerdings auch! Aber es ist cool, was es hier alles zu crashern gibt! Auf jeden Fall! Oh! Pfff! Oh nein! Hier ist Stinklippe! Lass mich in Ruhe! Komm mir nach vorne! Warte ich helfe dir nur beim Schwingen! Okay! Oh nein! Oh! Au! Als ob jetzt hat er das sogar noch geschafft! Hallo! 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 Schön, dass wir immer zu zweit arbeiten! Ohne Manu! Ja! Das ist wirklich! Das ist praktisch das Motto der heutigen Folge! Alles ohne Manu! Nee! Oh Gott! Hier will ich nicht mehr sein! Oh nein! Hi! Lass mich bitte gehen! Hallo! Ja! Nein! Zombie! Du hast dein Opfer verloren! Achso! Ah! Hier geht's längs! Ja! Oh Gott! Das wird ein bisschen heavy! Ey! Zombie! Heißt du mal Ola! Warum hast du dich nicht festgehalten? Hab ich doch! Scheiße! Nein! Ich jetzt! Ich war doch echt gut! Du warst der Beste! Ja! Ja! Betonung auf wahr! Ich bin auch da! Kann mir jemand helfen? Hallo! Wenn du ein bisschen mehr zur Plattform kommst? Ja! Das wird schwierig! So! Bei dem Gewicht! Probier es zum Dingens zu kommen! Oh nein! Nein! Bitte! Ich habe keine Ehe! Sohle! Kann ich nicht einfach auch runterfallen? Es wirkt so als hätte die echt gesperrt... Hallo! Halt dich doch fest! Bist du unten? Ja! Ich denke mir hier alle das kann... Alter! Ach ich spring nochmal runter! Warte! Ich komme gerade hoch! Ja ich packe aber immer wieder den Boden und ziehe mich so hoch! Ja! Bin ganz oben! Sehr gut! Bin wieder drauf! Da oben musst du nur dein Gleichgewicht halten! Hab ich nicht! Doch! Das schaffst du! Oh! Schade! Boah! Hast du? Zwei Sprünge noch dann hab ich's! Sehr gut! Zumbe! 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 Fall runter! Nein! Aus Versehen! Nein! Bitte nicht! Hör ich auf den Palutenengel auf meiner Schulter oder auf den Manukäufel auf der anderen? Zumbe! 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 Ich bin oben! Ja! Sehr gut! Ich will's jetzt auch nochmal probieren! Warte ich hab's geschafft! Ich bin oben! Ne ne das ist noch nicht mal ansatzweise oben! Oh! Ich seh dich nicht! Leute wo bleibt ihr? Ich bin doch hier! Ich bin hier! Hilfe! Nicht Bodyslammen! Hi Jungs! Danke! Hallo! Ich halt dich! Oh nein! His name is John Cena! Oh! Er ist schon wieder weg! Direkt ans zweite Brett! Oh ah! Keine Zeit für Spaß! Komm ich will! Ja! Danke! Ich hab's! Komm zumbe! Das ist das Endhaus! Da steht Congratulations! Was? Der kann lesen? Wie hat er das gelernt? Ich hab große Augen! Umso größer die Augen sind, umso eher wird man lesen! Nein! Bitte! Ich hab dich doch! Das ist mein Schuh! Du kriegst Schuhe? Lass mal los! Ich will damit nur, dass du den Kopf überhängst! Okay! Ja! Alter! Ja! Wir sind Akrobaten! Cool! Jetzt kann ich aber besser das Ding rappen! Ach! Mach! Hilfe! Hilfe! Ich bin Akrobat! Ich hab zwei Seile! Oi! Du bist krass! Muss ich nur irgendwie ans Brett runterklettern! Ich würde das schaffen jetzt! Bitte! Ach! Da unten bist du! Bitte! Was machst du da unten, Manuel? Gewinn! Naja, ich weiß nicht, ob so ein Gewinn aussieht! Nein! Ich hab eher das Gefühl, dass Zombie das Ding nach Hause holt! Nee, guck hier! Da! Siehst du mich? Was? Wie gut billig! Scheiße! Da will ich auch! Scheiße! Ich fall hier einfach nur runter! Soll ich auf die Insel fallen? Ja! Fall auf die Insel! Okay, warte! Schwung! Und! Ja! Komm mit genügend Schwung! Schnapp ich mir den jetzt! Und mal! Nach hinten Palette! Und! Nach vorne Palette! Und jetzt! Oh! Depp! Scheiße! Hehehehe! Hi Jungs! Oh! Congrats! You made it show! Wir sind wieder zuhause! Ja! Ja! Oh! Jetzt mal reingehen ohne Kacken! Ja! Tüner! Tüner! Ja Tüner! Okay meine Damen und Herren! Das war's mit der heutigen Folge von Human Full Flat! Lasst ein Like! Da schaut bei Zombie und German Let's Play vorbei! Beide sind ganz oben in der Videobeschreibung verliebt und hatten alle noch einen traumhaften Tag! Da kommt rein! Tschüss! 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 Tschüss!